Ja, die nächste Programmvorschau hier jetzt in der Produktionsschleife muss man ja jetzt gar nicht großartig viele Worte verlieren. Ihr seht es ja hier eingeblendet am Bild oder im Bild. Ich habe den Bernie aus Australien heute und heute ist der 24.02.2022 endlich in die Leitung bekommen. Es war wirklich ein ganz großer Kampf, Krampf aufgrund technischer Probleme, aufgrund vielleicht auch wirklich der australischen Entfernung und sonst was. Ging dann wirklich über Umwege, hätte auch letzte Woche schon geschehen sollen. Scheiß der Puma drauf, wir haben es jetzt heute hinbekommen. Auch da geht klar der Dank wieder raus an den Bernie, an meinen Interviewgast und auch an die Marianne, die da wirklich auch alles gegeben hat, dass das dann wirklich über x Umwege dann zu bewerkstelligen war. Ja, ist wirklich hier ein ganz toller Support gewesen von ihr und ich kann euch auch dieses Interview, diesen Gedankenaustausch tatsächlich ans Herz legen. Der Bernie sehr, sehr offen, sehr, sehr ehrlich, hat Spaß gemacht. Wird sicherlich auch nicht das allerletzte Interview gewesen sein mit ihm und das könnt ihr dann gerne hören. Es ist nämlich tatsächlich nur ein Audio bei VK, bei Beatshoot, bei Telegram. Nicht, nein, 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 das kam nämlich dann eben auch noch erschwerend hinzu, das eben über Umwege zu machen, aber auf jeden Fall auch bei Odyssey und Rumble und die sich den Trailer bei Wegnose TV aufrufen. Bitte entsprechenden Link kopieren, zur gewünschten Videoplattform gelangen und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.